Ja, hallo Freunde der Spiegel-Touren, willkommen bei Informationsvideo darüber, warum es keine Let's Plays mehr geben wird auf diesem Kanal. Oh, Skandal, Dreck-Dramatik und so weiter. Nein, es geht darum, ich habe ja schon Ewigkeiten, ich habe jemand, der mich schon lange kennt, weiß, ich bin ja immer am rum Doktoren. Doktor ist das falsche Wort vielleicht, aber letztendlich zu sagen, meine Güte, was willst du eigentlich zukünftig machen? Und es geht halt einfach darum, ich will zukünftig gerne weiterhin mit Games arbeiten, ich will gerne weiterhin auch mal ein bisschen was anderes machen als mit Games, aber es wäre halt Let's Play geschichtmäßig auf diesem Kanal falsch aufgehoben. Weil es geht dann halt, sag ich mal, diese gesamte Arbeit, womit man viel Zeit investiert, geht dann unter den ganzen Let's Play-Videos, die natürlich sehr viele sind und sehr intensiv sind. Und deshalb wird Let's Play zukünftig nach bestehenden Let's Plays, wir können ja mal eben kurz umschalten und das Videoaufnahmegerät ausschalten, nachdem diese Let's Plays abgeschlossen sind, wird Let's Play umziehen auf einen separaten Kanal. Da machen wir auch so einen Restart, sag ich mal, vom Abonnenten her, wer sich dafür noch interessiert. Und wenn ihr euch trotzdem für Games interessiert, ist das noch kein Grund hier, sag ich mal, abzuspringen. Es wird hier generell immer noch weiterhin informationsträchtiger Kram kommen zu Games, aber auch ein bisschen was zu meiner Person mehr, so wie ich das früher schon mal machen wollte, vor Jahren aber nie dazu kam. Aber jetzt werde ich mich einfach den Schritt wagen, darauf geschissen, Einnahmen gehen natürlich auch ein bisschen weg, weil diese ganze Let's Play-Geschichte, das wird auf dem neuen Kanal dann erstmal nicht monetarisiert sein. Ich habe ja meinen Vertrag mit zum Beispiel dem Alliance-Network, ist nicht irritieren lassen vom Piepsen, meine Pizza ist fertig. Ich habe im Alliance-Network einen Vertrag über den anderen Kanal, dann nicht über diesen Kanal, es geht aber nicht um das Geld letztendlich, es wird erstmal wahrscheinlich gar keine Werbung hier kommen, bis halt ich diesen Kanal dann vielleicht auch ins Alliance-Network mit reinnehme und ich dann dementsprechend auch Werbung hier schalte. Es hat auch noch ein paar andere Vorteile und vor allem in Richtung, dass ja auch das Management von Kanälen in Zukunft sich verändern wird, also da wird vor allem mit Rechten etc. zukünftig immer mehr, immer problematischer und jeder weiß ja, als ich den einen Kanal hatte und über Gamescom, wer mich da schon kannte, wurde ich eine Woche gesperrt und du hast halt keine Ausweichmöglichkeit. Es ist immer kanalbezogen, solche Sperrungen und nicht Account gebunden, also wenn mir irgendwas mit dem Let's Play Kanal passieren würde, ja, darauf geschissen, der Hauptkanal ist sicher und safe, weil ich da halt dann, sag ich mal, mehr Zeit investiere in unterschiedlichen Formate und Videos, die kommen werden. Ja, jedenfalls, das wird letztendlich der Let's Play Kanal werden, jemand kennt das noch, das ist mein alter Doktor-Proof-Wunderbare-Jahre-Kanal, es ist jetzt nicht angepasst bis jetzt, das kommt jetzt alles nach und nach, ich wollte euch nur jetzt schon mal informieren und wer will und zukünftig auch weiterhin Let's Play technisch dabei sein will, kann hier abonnieren. Alle Let's Plays werden dann zukünftig hier laufen und nicht mehr auf dem Hauptkanal. Ein weiterer Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, weil mein Hauptkanal hat die URL gesichert auf YouTube, Dr. Proof und das ist ja eigentlich ein Eigenname, der einfach für meine Person steht und deshalb will ich die gerne auch dafür nutzen, ähm, was zu machen, was Content bezogen zu meiner Person ist und etc. und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, hier dann Let's Play, äh, ja, hier mache ich gerade Uploads, ähm, das wird dann aber auch in den Sendeplan mit übernommen, dass dann da steht, äh, Let's Play auf dem neuen Kanal und so weiter, hier unten mache ich in die Beschreibung das und es wird dazu noch mehr Informationen, Videos kommen, weil es wird ja nie jeder sofort abgeholt, das dauert ja mal eine gewisse Zeit, bis alle Leute mitkriegen, was überhaupt passiert. Ich weiß aber ganz klar, es wird auf jeden Fall von der Abonnentenzahl bedeutend niedriger anfangen, es werden vielleicht ein paar Hundert, paar Tausend oder sowas darüber gehen und werden sagen, okay, ich gucke die Let's Plays hier aus, das interessiert mich, ich will das gerne abonnieren und die vielen Leute, die immer wieder sagen, mein Gott, du postest so viele Videos, die können dann letztendlich, sag ich mal, äh, ja, sich aufatmen, denn es wird dann zukünftig, ähm, in einigen Monaten, weil es dauert ja noch ein bisschen, das wird ja die Let's Plays hier abschließen, ein wenig gediegener und entspannter hier, ähm, aber es wird auch viel, sag ich mal, Verlinkungen geben zwischen den unterschiedlichen Kanälen, so, sagen wir mal, es kommt jetzt das DLC raus für Total War Warhammer 2, dann hast du letztendlich die, äh, Geschichte, okay, was ist neu im Dienst DLC, das kommt dann hier auf dem Dr. Proof Kanal, wo halt Informationstechnik, beziehungsweise es wird dann sehr kompakt informiert und, ähm, würde dann, sag ich mal, verlinken auf den anderen Kanal, wo letztendlich das Let's Play starten wird dann und wohl dann halt, sag ich mal, alles, was in die Let's Play-Geschichte ist. Es geht jetzt nicht darum, dass Let's Play insgesamt wirklich weniger werden soll, es geht nur einfach nur darum, diese Anordnung der Prioritäten und des Aufbaus ein wenig zu verändern. Mein Gott, was für ein arschgeiler Satz. Richtig kacke. Ja, in dem Sinne gehe ich jetzt Pizza essen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich freue mich über eure Kommentare, was ihr dazu sagen werdet und gesundheitlich geht es mir auch wieder besser, merkt der eine oder andere auch. Und wenn ich gegessen habe, werde ich vielleicht noch streamen nachher, muss ich mal schauen. Aber erstmal danke fürs Zuhören und bis dahin, Tschöle, der Imperator. Zuhören und bis dahin, Tschöle, der Imperator.